Ok, wo bist du? Um meinem Haus. Ich verschenke nur Leder. Dann verschenk dein Leder. Ich will dir auch nicht ans Leder. Oh. Grauenhaft. Lecker. Ach, Saguaro Cactus. Ich liebe sie. Hier ist ein fetter Reno im Haus. Einhörner. Oh, ein Turm. Das ist doch kein Einhorn, das ist ein Rhinozeros. Lass das Einhorn. Einhörner. Was zum Teufel. Oh mein Gott, ich werd die abgeknallt. Wo ist der denn, der Spacken? Ach, der hat sich so bis zur Mitte hängen. Ich hab goldene Skysal. Was ist das für diese Alte? Oh, ich hab Liquid Offending ist da. Dieses Seros, diese Magie leuchtet. Pinguin! Er wird jetzt sterben. Er wird jetzt sterben. Weg mit dir, blöder Scheiß-Golem. Jetzt musst du sterben. Jetzt musst du sterben. Ich hatte ein Ender-Giant-Sword. Und ein Ender-Sword. Und ein Ender-Sword. Moment, sowieso. Ja, ja, kaputt ist er. Ja, ich hab ihn kaputt gehauen. Pass auf, jetzt explodiert der ganze Turm. Weg hier! Und die Explosion sehr tödlich. Also ein bisschen Abstand halten. Wann explodiert der jetzt? Ähm, der knallt langsam zusammen. Und da explodiert er schon. Hier geht's. Hallo! Ja, mal gucken. Ich bin blind! Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Scheiße! Boah, Scheiß-Hilfe! Das war mein zweiter Smaragd. Weil das ist ja echt haarscharf. Und ich überleb' ja hier nicht. Nein! Boah, Alter! In ne Megaschlucht gefallen. Und dann aber noch im Wasser gelandet. Und ich komm' hier nicht raus. Pech muss man haben. Pech muss man haben. Ich hab ihn vergiftet. Oh Gott! Ich bin tot! Scheiße! Nein, es knallt! Kein Cape! Alter, nein! 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 Lauf! Lauf! Ich bin gleich da! Er hat mich blind gemacht! Ich hab' ein Herz! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich kann dir nicht helfen. Ich hab' ein Herz gehabt. Und jetzt zwei, drei. Ich musste mich hochbauen. Keine Chance. Keine Chance. Wo ist denn der Scheiß-Kapitän? Da ist der! Ah, warte mal! Der kommt da! Scheiß-Kapitän! Jetzt musst du dran! Jetzt bist du dran! Ah, das ist der nicht! Du bist es! Zack! Nein! War's das? Das war's nie im Leben! Doch! Hat der mal Drop bekommen? Kein bisschen! Doch! Höchster Dagger! Den hab' ich! Zack! Ich kann mich klonen! Guck mal! Der ist freundlich! Der ist freundlich! Der ist freundlich! Der kämpft auch gegen Piraten, wenn er müsste! Oh! Diamanten! Smaragde! Oh! Magic Essence! What? 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 Ganz schön! Scheiße! Das heißt schon wieder 6 Stunden! Oder hast du noch einen Smaragd gerade bekommen? Ich hab' einen 9 Smaragde bekommen! Das bedeutet, ich kann mich ja jetzt eigentlich respawnen! Ja! Eigentlich schon! Alter! Das bedeutet, du und das... Nein! Nein! Scheiße! Nee! Ehrlich! Das kann doch nicht sein! Wo kommen die denn alle her? Die sind alle nach unten gefallen! Da sind wir uns da wieder hintrauen! Die Sachen, die waren ja schon ordentlich, was wir da hatten! Ja! Und vor allem waren's alle meine Sachen! Boah! Alter! Ich hab' ja noch nichts... Ja! Boah! Ne? Nein! Der Zombie hat meine Rüstung an! Und mein Schwert! Was für ein Vollidiot! Der kann mich jetzt ja locker umbringen mit seinem Dreck! Blöder Vollidiot von Zombie! Dankeschön! Zu mir meine Sachen mal wieder ergibst! Was ein Vollspacken! Und dafür bekommt ihr aber auch irgendwann mal irgendwas noch zurück! Das sind auch hier die Broken Thumbs Lights, sind das hier? Ja! Ja! Genau! So kommst du auch schon vor! Cake it Black eben! Das ist echt... Super! Na! Also super klassisch schon für die! Also ich kenne sie noch nicht lange, aber sie sind trotzdem klassisch! Ja! Sie sind Klasches! Klasches! Genau! Klasches! Die sind... Kla... Schiss! Klasches! Oh! Der war so scheiße! Klasches! Klasches! Oh Gott! Oh Gott! Was ist jetzt mit meiner Stimme denn jetzt? Frage ich mich auch! Und mit deiner Wortwahl! Ähm! Ähm! Äh! Gibt's ja nix! Lehm! Brauche ich zum Überleben! äh, naja nein, meine Eimer sind weg meine zwei, nö äh, ich hab einen Eimer naja da sind die wohl ziemlich im Eimer gewesen könntest du mir ja, ist ja schon gut könntest du mir irgendwie Wasser bringen müsste man so eine uendliche Wasser ja, ich kann dir jetzt Wasser reichen alter, ja, ich ich höre jetzt langsam auf wenn ich einmal in Fahrt komme, dann gibt's kein Zurück mehr ich freu mich erstmal, wenn ich die Rüstung behalten darf in der Zeit ja, definitiv, also wenn du die jetzt nicht direkt verlierst, dann hast du gute Karten da hab ich erstmal ein eisige Folgen äh, die Stimmung ist hier so eisig merkt man schon sofort oh Gott ich friss mal drinnen alter, ne, ok, jetzt legt's bei mir gerade übelst, Wind Arrow, ja gut Thieves Boots was sind das? Thieves Boots, das ist eine Hexikel-Rüstung so eine Hexikel-Rüstung, also die beste die es gibt und dann von oben nach unten ist am besten oh oh, scheiße, das ist der Golem der hat dich nicht entdeckt, oder? doch, klar, der, 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 der macht dir alles kalt stirbt Golem nee nee, oder? du hast denn jetzt nicht schon ausgelöst Ender Shield hast du oh, runter ist so doof, diese Marschmusik ähm da hab ich gleich Lust, meine Marsch und mehr Lust zu essen naja, ähm und wir können jetzt, glaub ich, in unserem Knapsack machen Perfekt A Knapsack to hold your things Hallo, niemand gespawned, sind die alle runtergefallen, die Idioten na Wöerst raus? gerne uhhhh nicht ganz so lustig nicht ganz so lustig wir waren stehen geblieben ihr fahrt langlaufski auf sand totally make sense so doof die sich bewegen das kann doch nicht normal sein komm fahr nochmal langlaufski genau und heb und heb Ach, es war doch der Du bist der Mega-Org Goblin-Boss Oh, du hast 30 Ganz ehrlich Noch ein Goblin-Boss Ihr seid ja lächerlich Wenn ihr nicht bangen würdet Oh nein, du verlierst immer nur eins Mit Brot schade ich dir überhaupt nix Ich muss dir Haha, so machst du nix So machst du nix Moonlight Seht euch das an Wir haben 8 Texical Essences Wir können uns die Rüstung noch heute Fertigstellen Ist das genial Dann können wir uns die Thiefs-Dinger ja craften Zack Hood Und die Leggings Zack Arsch, geil Komm, wie schnell wir sind Strength Und Night Vision Und Wir sind immer so schnell Alter, sind wir schnell Ja Perfekt Echt Das sieht sowas von Hammer aus Und man ist nochmal stärker Mit dem ständigen Potion-Effekt Und wir haben immer Nachtsicht Das ist so klasse Vier Kinten ist das Dann das Herz daneben Dann die Jeweled Apples Und die Necrotic Bones Zack Jetzt insgesamt Dann mach ich mal hier Und Zack Boah, 15 Herzen Tja Ja, okay Ja, 15 Herzen werden es sein Perfekt Ja, mehr reicht es im Moment nicht Und wenn du noch den goldenen Apfel frisst, hast du 17 Herzen So Und da sind wir nach vielen, vielen Abstürzen weiter Wir sind endlich an der Mauer angelangt Oh, heftige Sache Und die ist Einfach nur fett Zack Kein Rift mehr Hä, warum leckst du dich? Erster Bist du bei der Mauer? Ja Ein Glück Ja, lol Wo ist die Mauer? Hier ist die Mauer, lol Wir sind bei der Mauer Geil Es hat geklappt Bin im Bett Fab, Fab, Fab Wie heißt du eigentlich? Ich muss dich doch bei Namen kennen Joshua Ach, geil Ähm Yoshi Ja, äh Hat auch so ein paar Spiele auf dem Super Nintendo gehabt, glaube ich Äh, ja, gut So Mein Energiant Sword mit Unbreaking 3 Sharpness 5 Looting 1 Blazing Bomb mit Unbreaking 3 Infinity 1 und Power 5 Schade aber auch Muss sagen, schon auf Hawaii gibt's auch Aloha Vera Das heißt dann leider nur Aloha Vera Oh, Alter So bad So Ich kann auch einfach der Neger für die Ernte werden Es ist Endstein Nein Ach, es ist alles Endstein Halleluja Das war's Die Leiche Das war's Custbone und Diamanten Ball prüfen 2 3 3 3 3 Untertitelung des ZDF, 2020